hallo hier ist martin von mannemanke ist dass die daxanalyse fin und die sagt den 15.12.2020 zum montag ging es und nicht weiter da hieß es erstmal halt stopp und platz da da musste noch mal kurz ein bisschen aufgeräumt werden wir haben ja gestern darüber gesprochen dass die unheimlich viele short rein sind total überzeugt sehr aggressiv und dass ich regelrecht damit bespammt wurde wie weit in der markt fallen wird und so weiter das hat sich deutlich gedreht also das war ja auch unsere erwartungsteilung dass der markt ja einmal oben rein sticht um die leute ein bisschen ja wieder ein bisschen rauszuholen bisschen abkühlen zu lassen und einmal hier reinzuschlagen in die 220 bis 250 dann wieder nach unten zu drehen das war so ein bisschen die idee gewesen ja einmal die ganzen shorts ausstoppen das scheint nicht gereicht zu haben er musste dafür bis knapp an die 13.300 ran das finde empfand ich als recht viel also es hätte nicht so weit sein müssen aber offenbar gab es einfach noch zu viele die dran gehangen haben die er da oben raushärfen konnte und dann hat er das getan wichtig ist aber der trigger oben wurde nicht gerissen das heißt der wurde ordentlich umgelegt demzufolge ist im grunde noch in dem szenario drin was beschrieben haben nur halt etwas unsauberer ein bisschen höher einfach findet sich jetzt aber hier noch in der bewegung ja die wir hier jetzt vorgesehen haben ich würde das da jetzt einfach mal ein bisschen nach oben setzen dass man das erkennt dass das durchaus noch das ist was wir gemeint hatten auch wenn es nicht ganz oben auf den punkt so gelaufen ist wie vorgestellt waren wie viel 45 punkte überschuss ja also das soweit erst mal zu dem punkt na wir hatten ja gesagt über 250 hätte dax an chancen richtung 300 über 300 würde dann wieder positiv richtung da oben raus das ist soweit nicht eingetreten das bleibt aber für mich weiterhin das heißt auch wenn er jetzt zum zum dienstag jetzt hier aufdrehen sollte und jetzt hier ein neues hoch einstellt dann würde ich persönlich davon ausgehen dass noch mal so eine aufwärtsbewegung kommt wie sie hier war etwa von gleichem ausmaß das war jetzt 12.000 13.000 wo waren im tief 13.006 irgendwie so um die zehn rum knapp 290 punkte etwas weniger vielleicht die dann von einem möglichen tief hier auch noch mal kommen könnten das heißt in dem moment wo der markt hier oben drüber reist sollte man dann davon ausgehen dass hier noch mal so eine bewegung sich einfach nach oben lösen kann und dann steht man relativ leicht wieder an einer 13 380 steht man auch relativ leicht an 13 40 deswegen ist der markt für mich oberhalb von 13.300 ganz klar einer positiven chartlage und alles was an der flach zur seite geht es für mich dann loggen hier unten ist das jetzt noch nicht so die wir sind noch unter der 13 200 die ist mir persönlich hier wichtig das war ja unser short trigger das heißt per definition sind wir jetzt erstmal noch in dem pullback auch wenn er natürlich unschön war wenn er zu hoch war ist aber legitim wenn sie nicht sieht also selbst wenn dieses die tag ist kann sie genau nicht vernünftig aussehen die exeter tag ist jetzt die kann auch nicht vernünftig aussehen die sehen so aus wie die tag ist herzen die wir hier hatten halt das ist hier schon hat hier schon nicht gut geklappt das wird jetzt hier wahrscheinlich nicht anders werden das heißt in dem sinne ganz klar unter 13.200 für mich hat das nach unten gefährdet 13 1 50 13 100 30 60 das sind jetzt erstmal so die ziele wir hatten ja darüber gesprochen dass er wahrscheinlich eh zum montag nicht so tief kann einfach weil zu viele shorter noch mit dranhängen dass er wenn dann hätte er hier ganz früh unten eröffnen können das hat er ja gleich zu beginn gezeigt dass das nicht nicht sinn und zweck der veranstaltung werden soll da hat es einfach kam einfach das gäbe nicht andere richtung deswegen würde ich auch zum dienstag würde ich ihm trotzdem hier unten erstmal noch die grenze geben einfach weil hier viel zu viel gleich zu überzeugt waren das macht er dann meist langsamer dann läuft diese langsam macht man neues tief rupft ihr nach oben macht wenn man neues tief macht rupf und dann fällt er hinten raus irgendwann dann die strecke wenn er dann fallen will aber dafür stehen die karten noch ganz gut also dass manche sagen es geht nicht so richtig eine klare positionierung raus also die klare positionierung von mir ist tatsächlich unterhalb von 13 200 grebe ich ihm unten im raum also ist für mich klar schaut kandidat unterhalb von 13.200 richtung 1 50 richtung 100 13 60 und unter 13 60 13 40 hat dann eben die übertreibungspotenziale die bleiben auch zu gestern unverändert das ändert sich nicht auch wenn ich nicht glaube dass es zum dienstag schon tragend werden kann das wird wahrscheinlich dann der dienstag eher mehr so ein kleiner überbrückungstag werden um jetzt irgendwie wieder die bindung zwischen freitag und montag reinzukriegen bei der tage doch sehr konträr am ende aber der der montag einfach nicht so die signal dominanz aufgewiesen wenn wir gucken die tageseröffnung war knapp um 13 1 80 rum der schluss um 13 1 90 das ist mal da kann man sich nicht doll auf die schulter hauen im citra chart durfte es noch schlechter aussehen der ist ja deutlich weiter oben reingekommen der ist dann auch auf dem niveau öffnen also braucht man wirklich den tag und gucken weil da weiß man wie die kerze aussieht und grüne ist es nicht also die bollingerwände immer weiter zusammengezogen in meinen augen auch aus dem chart bild aus den kerzenformationen heraus auch ein bisschen unten das risiko und von daher ich würde es einfach so handhaben und der 13 200 ist für mich schaut über 13 300 und schalt umdrehen dann nützt ja nix halt mit dem markt schwimmen mit dem gate schwimmen über 13 300 kriege ich long potenzial richtung 13 350 13 3 80 und wieder 13 4 60 so und selbst wenn er hier oben kurz rumkrampft vielleicht einen fehl ausbruch macht und dann trotzdem wieder unter die 200 unter 200 ist das für mich eher im chartbild anfällig und lust darauf rennen deswegen wäre immer wieder für mich unterhalb von 13 200 schwächer zu werden und mit abwärtsrisiko auch wenn das bestimmt nicht so leicht wird und eher schwerfällig dann von der hand geht wird das wird zumindest ein bisschen auf diese folge von bewegung passen einfach das ist typisch halt hier unten stößt dynamisch vor normal hacken alle dann long rein und dann rennt er richtig los das war halt hier nicht so haben halt alle short reingehackt ja was macht er schüttelt sich die leute vom leib das macht er dann so lange bis die leute eine passende nachricht dazu finden die sie motiviert lang zu gehen und dann hat er sie irgendwann an den eiern und dann kriegt er sich dann kriegt das schon raus geschoben aber muss plus unter 13 200 bleiben dann ist das eher eine frage der zeit ja es sieht dann aber auch technisch bedingt einfach gut aus hat jetzt hier eine fallende tieffolge drin hat eine fallende hochfolge drin also könnte also für für die die vielleicht noch short investiert sind könnte es schlechter aussehen momentan also das ist das ist eine ganz gute ausgangslage man muss halt unter 13 200 auch noch abliefern jetzt muss noch ein bisschen drunter drücken wie gesagt im zweifel halt über 300 einfach mal kurz rausnehmen oder ein teil rausnehmen dass man sich ein bisschen im risiko reduziert und wenn der markt dann doch wieder anläuft und das bestätigt dann baue ich halt noch mal auf halten dann stocke ich das wieder auf das ist durchaus legitim das kann man machen ja gut okay von daher muss man eigentlich soweit das braun mag eigentlich weiter kann sprechen die wichtigen teil stationen ein bisschen im blick behalten der markt trotzdem noch starke seitwärts tendenzen hat man auch zum montag wieder gesehen hat man auch zum freitag gesehen also so eine 13 150 so eine 13 100 so eine als 060 das sind halt alles so ausgekaute marken die werden auch wieder ausgekaut werden ja da darf man ruhig kleine reaktionen erwarten mehr kann ich hier gar nicht sagen mehr muss ich ja auch nicht sagen takeshart hat man ja schon der ist noch im bild drin die route ist noch aktiv auch wenn leicht überreizung wird das ist das bild was wir sehen wollten dass er hier eben sich noch eine bewegung raus strickt und ich will noch nicht mehr höher haben das ist 250 überschreiten von 250 ist schon grenzwertig gewesen wäre dann auch noch über die 280 300 oben drüber gegangen ich glaube dann macht das ich hier unten das fenster ein bisschen zu dann hätte auch wieder steigende hochs drin eine kleine steigende hochs aber so wie es jetzt aussieht wenn er jetzt noch unter 13 200 eröffnet sähe das mal ganz gut aus ansonsten hier dazwischen seitwärts hier oben lang raus und hier mal auf die einzelnen marken wenn der mittwoch hier unten liegen bleibt am dienstagabend hier unten liegen bleibt dann schafft er auch am mittwoch noch die letzte meile zumindest für den nächsten schritt ja okay damit können wir hier zu machen ich wünsche viel erfolg gutes gelingen und dann haben wir uns morgen wieder bis dahin ciao